Hä? 4-0! Runde Gewinner stand bei mir. Ich war nicht tot. Hä? Wie? Bei mir stand Runde Gewinner. Wieso steht bei dir Runde Gewinner? Guten Tag zu LTS Weinberg. Gegen Pax Trader. Schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Denn dort gibt es das ganze Geschehen aus seiner Perfektion. So früh hier schon Werbung für mich? Ja. Das ist immer was Feines. Ja. Das erfreut Herz und Seele. Herz, Seele. Jetzt brauchst du kein Tee mehr trinken. Warte, extra für dich kommt jetzt Tee. Ich sag bloß, du hast wieder an welchen da stehen. Lächerlich, ey. Dann hab ich ja wieder was, was ich einblenden kann ohne Ende. Was denn? Na dann Teegeschlürfe. So, ich weiß nicht mehr, wie hier deine Taktik war. Tick, tack, tick, tack. Ah, scheiße. Ich seh dich da schon. Wo siehst du mich? Du kannst mich gar nicht sehen. Auf der Minimap. Du kannst mich gar nicht sehen. Oh. Wie er da wieder auf dem Berg ist. Das ist nämlich deine Sache, auf den Berg zu gehen da. Alter. Der hat zwei Tasse klemmt. Blödsinn. So, ich bin erstmal in Sicherheit. Diese Quarz sind sowas von ekelhaft. Leute, ihr könnt euch schon mal was zum Essen machen, denn das wird eine lange Folge. Wieso würdest du keine Selbstmordung machen? Ja, Weinberg ist immer schlecht mit Selbstmord. Ich höre deine Playstation. Ja? Nein. Ich wollte es auch mal. Ich seh dich da rumrollen oder rumkullern. Dann dachte ich mir, ja, ziehste mal ab. Ach, scheiße. 1-0. Oh, geil. Geil, geil, geil. You, geil. Ja. Ich hatte dich zuerst versucht zu snipen mit deinem Quad da oder deinem Motorrad. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Deswegen bin ich auch wieder umgedreht. Und hab mir gedacht, ne, gedreht. Uh, gedreht und bin auch so rum. Uh, gedreht. Und hab mir gedacht, äh, ne, so nicht. Ne? So nicht, mein Freund. So nicht, mein Freund. Ich wollte dich da snipen. Mhm. Ich bin beim Scharfschützengewehr. Jügel. So. Ich wollte dich snipen. Ich finde den Berg nur wieder bestimmt nicht, von dem du snipest. Ja? Ja. Das ist immer so, wie die letzten Male. Ich fahr hier völlig falsch runter. Ja. So, aber ich vermute diesmal, dass ich hier nicht runter muss. Ja. Hier auch noch nicht. Ja. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Ja. Oh, jetzt hübt der und so. Sondern hier. Okay, das war auch irgendwie falsch. So, wo ist jetzt das Haus? Hä? Wo bin ich denn? Ach, da! Ich bin ja viel zu weit. Hm. Nein, ich bin halb tot. Ach, Brücke. Danke. Das muss ich mir bei dir angucken. Wild rumgefeuert. Haha, da ist er ruhig. Meine Herren. Erstmal Tee. 2-0. Jetzt mach ich mich unsichtbar und dann kriegen wir hier wieder unfair mit einem Tü-Tü. Unfair. Bing. Es macht schon wieder so viel Spaß hier. Also, ich will heute kein Fiefer, ist dir klar, ne? Ich will nur... Doch, doch, ich möchte Fiefer. Haha, nö. Einfach nö. Man, 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 ey. Ein scheiß... Oh, Branden-Harten-Werfer. Wie souverän ich schon wieder bin. Das ist ja so unglaublich. Oh, fuck. Selbstmord. Du bist wieder auf deinem komischen Berg da, ne? Markus Berg? Nee, nee, nee. Da bin ich nicht drauf. Komm, hör doch auf. Auf zu schnacken! Kopf am Nacken! Auf zu schnacken und dann schnackt er wieder eine Runde. Fünf Minuten. Ja, wir wollen uns ja nicht mehr damit schnacken. Wie sagt er das? Wir wollen ja nicht so lange schnacken. Kopf am Nacken. Echt? Sagt er das so? Nö. Nö. Da haut er ab, der kleine Strudel. Also, heute hört man deine Tast wirklich sehr doll. Nee, das kann gar nicht sein. Doch. Das ist alles wie immer. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Ja! Er ist so gut, dieser Alphpushen. Er ist so gut, dieser Alphpushen. Er ist so gut. Ja, er ist so gut. Hau dir mit der anderen Nährungsmittel. Läuft bei mir. Läuft überhaupt nicht bei mir. Läuft bei mir. So, ich brauche jetzt mal was zu trinken, aber ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch einen Lernensatz. Du musst noch einkaufen gehen. Habe ich schon erledigt. Nichts zum Trinken. So, geil. Weinberg LTS, vierte Runde. Wie steht es überhaupt? 3-0 für dich, glaube ich. Cool. Einfach nur cool. Wie souverän das auch von Statten geht, ne? Ja, Weinberg ist scheiße heute. Es ist so unglaublich. Es ist... Du hast aus deinen Fehlern gelernt, sagen wir es mal so. Es ist... Ah, dieser... Ja, es ist heute richtig Alphpushen-Moment-Feeling. Alph-Moment. So, war das jetzt hier? Ich probiere es. Nö, war wieder falsch. Ach, nein. Hör auf, nein. Hui. 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 Also deine Tasten hört man heute wirklich extrem. Das kann überhaupt nicht sein. Die sind unter dem Tisch wie sonst immer. Die hört man sonst nie. Und deine Playstation ist wie... Ja, ja, die ist ja immer so. Aber sonst hört man deine Tasten nie. Und heute hört man die. Pappala papp. Doch, wirklich. Mann, jetzt... Ey. Ich rast gleich aus hier. Dankeschön. Also irgendwas ist bei dir. Wie, irgendwas ist bei mir. Also, nicht in GTA, sondern man hört alles bei dir irgendwie. Hast du ein anderes Mikrofon? Nein, ich habe einfach nur diese andere Funktion an. Ja, dann ist die Kacke. Ja, du kriegst doch den sauren Ton eh geschickt. Oh, fuck. Wieso habe ich denn davon nichts? Hm? Was? Was hat der vor, ey? Das klappt nicht. Was? Das sage ich dir nicht. Oh, das klappt doch. Was hat der vor? Was hat er vor? So, jetzt guckt er in meine Richtung. Das gefällt nicht. Gefällt nicht gut. Gefällt gut? Nee, 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 nee. Ich gehe mal lieber wieder rauf aufs Dach. Hm. Ups. Das war doof. Boah! Das waren bestimmt Zentimeter. Mein lieber... Alf Puschen! Komm, dann schieß mich doch einfach ab! Ich möchte keinen Weinberg! Weinberg mehr! Ist mir doch egal, was du willst, was du nicht willst. Ich sag einfach mal, Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen. Ja? Ja. Irgendwas ist mit deinem Ton heute. Mit meinem? Ja. Mit deinem wohl eher. Nö, der ist normal. Nein, ich höre deine Tasten. Kann überhaupt nicht sein. Die kann man überhaupt nicht hören. Du redest so einen Scheiß. Da schießt er. Wo ist er denn? Oh, 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 oh! Ja, komm, weg damit hier. Was hat er getan? Noch zwei Schüsse. Das ist natürlich... Problematisch. Da ist ja 3 zu 0 steht, ziehe ich das ein bisschen in die Länge hier. Und da habe ich eine Taste gehört. Ach, Alfie. Versteck dich dich doch nicht da oben. Das gefällt mir nicht. Ach ja... Und dann fährt er einfach weg. Ah, das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Peng. So, jetzt muss ich... Amenakoi. 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 Das ist die Frage darauf, welcher Karpfen... Ne? Oder nicht? Welcher Karpfen? Ja. Wow! Das gibt's doch echt nicht. Das gibt's doch echt nicht. Mit dem Schuss hätte sie fast eingelandet. Oh. Mann. Huuu. 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 Junge, sind die bescheuert hier oder was? Ich höre deine Playstation. Die kann man nicht hören. Und wieder. Ey, ich sterbe hier durch die... Ja, genau. Wo ist er denn schon wieder unten? So, jetzt möchte ich aber bitte hier mal... Ja. Boah, hörst du dich komisch an. Wieso? Ja, ich stelle gleich TS wieder um. Obwohl, ich habe ja Zeit. Ja, würde ich hoffen. Ich höre mich komisch an, sagte er. Verstehe ich nicht. Lächerlich. Hm, Sprachaktivierung. So, jetzt habe ich wieder nur die Sprachaktivierung drin. Besser? Klack mal mit deinen Tasten. Bin ich schon. Klack, 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 jetzt. Da höre ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Jetzt habe ich da die Haftmine weggenommen. Oh, oh. Das war nicht gut. Alles. Nein. Okay. Bis zum nächsten Mal. Was heißt hier? Hm. Wow! Sind das deine? Oder werfe ich meine nicht weit genug? 4-0! Runde Gewinner stand bei mir. Ich war nicht tot. Hä? Wie? Bei mir stand Runde Gewinner. Wieso steht bei dir Runde Gewinner? Ich war nicht tot. Du hast mich nicht getroffen. Nee, aber die Zeit war um. Und was heißt? Hä? Dann gibts ne Zeit? Ja. Ja, 3-1 würde ich sagen. Wieso 3-1? Ich führte doch 3-0. Normalerweise wird das dann für mich gezählt. Ach guck mal hier. Nein, nein. 3-1. Was ist das denn für ein Rotz? Tja, Alf, ne? Ich dachte, wenn man führt, dann kann man die Zeit runterlaufen lassen. Das war meine Taktik. Nein, 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 nein. Man darf nicht so... Ich hab einfach offensiver gespielt. Die haben gesehen. Ich hab besser gespielt. Hahaha, leckerlich. So untrue. Ach, Quatsch. Das ist ja eine Scheißregelung. Und da freut er sich, dass er mich getroffen hat. Ich habte dich ja nicht getroffen. Ich hatte mich gefreut, dass ich das Spiel gewonnen habe. Die Runde. Nee, nee, hast du ja nicht. Aber es wäre verdient gewesen, mein lieber Freund. Nein, nein, das wäre überhaupt nicht verdient gewesen, mein lieber Freund. Doch, ich bin Alf Puschen. So, aber von der Seite habe ich wieder mehr Möglichkeiten. Ja? Ja. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Doch, das funktioniert sogar. Aber was mache ich jetzt hier? Denn ich bin so doof und hab's... Och, ich bin so doof. Ab und组ert! Scheiße, da war auf dem Dach der, Stricher, ey! Jetzt hast du das Stricher echt verdient. Jetzt geht's hier nur richtig nach hinten los, mit meiner Taktik. Gefällt.. ...schlecht! Drei zwei, ey? Obwohl, eigentlich schon vier null. da weiß ich gar nicht was ich dazu sagen soll ich finde es verdient come back mein freund come back ich werde mich jetzt für chancen campen so richtig hart wo ist denn hier bitte schon die zeit unten rechts nach tatsache ist so lächerlich doch mal nicht dachte das wäre für den von nachteil der hinten liegt das ändert mein ganzes weltbild weltbild ja nein 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 holy 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 jetzt rennt er weg er hat weg tot da rennt er weg hmm bisüss er hat wieder weg BING BING Selbstmord Ach, das war meine Scheiße 3-3 Es ist so bitterlich, ey Ich mach mir hier die Runde selbst kaputt Einfach stark von mir Ah, stark von dir? Du tust doch nicht mal was Das erste Ding von dir Das zweite Ding war doof Jetzt war es noch blöder Der labert so ein Geistigen Müll Du bist der geistige Müll Lächerlich, ey Lächerlich Aber jetzt hab ich ja mehr Möglichkeiten Ja Ja Ach, ist das herrlich Was ist herrlich? Nichts Was ist denn hier dran herrlich? Versteh ich nicht Ist das herrlich Was ist denn hier für ne Höhle? Kenn ich noch gar nicht Was? 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 Selbst Was? 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 Nein! Nein, ich fahr nach oben. Was ist das hier? Nach oben. Wieso hab ich nur das? Hä? Oh. Eigentlich könnte ich jetzt wegfahren, warten bis die Zeit um ist und dann kriege ich den nächsten Punkt, oder? Nee. Doch, doch? Nee, ich bin da dran. Nee. Wenn ich wüsste, wo der Verrückte ist. Hä? Was machst du denn da hinten? Hast du dich verfahren? Siehst du die Karte unten nicht mehr, oder? Nee, die ist aus. Ich versteh das auch grad nicht. Und jetzt... Vielen Dank. Wie er mich gerne snipern würde, ey. Scheiße, ich sehe dich nicht mal. Fünf Minuten noch. Kleiner Lüge. Du Dödel. Du Dödel war Nödel. Ich könnte es natürlich drauf ankommen lassen. Auf. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Hallo, wie geht's? Wie kann ich helfen? Jetzt ist er vom Radar verschwunden. Nein. Das ist unfair. Ach, geil. Nein, da ist er. Oh, fuck. Oh, fuck. Wenn ich das gemacht hätte, ne? Ja, ich fand es so lustig. Ich habe die ganze Zeit schon gelacht. Mach ich das jetzt? Mach ich das jetzt nicht? Ich wollte es auch machen, aber... Siehst du, da... Ja, aber ich habe es nicht getan. Das ist der kleine, feine Unterschied. Ich bin hier Fairplay und du und Fair. Ja, 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 mein Freund. Gefällt. So, gefällt. Das war die Rache vom letzten Lester. Gefällt. Gefällt. Gut. Ja, meine lieben Freunde. Das war mal wieder eine geile Weinberg-Folge mit dem... Aber ich habe mehr RP bekommen. Guck mal, du hast eigentlich gar nichts gemacht hier. Die 3-0 geführt, das war so souverän. Ja. Schaut beim Pax Trader vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, tschüss. Ich sage wie immer, tschau, tschüss und auf Wiedersehen. Pichu. Pichu.